Heili, Heilöchen, mein Name ist Toxic und hier sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Smaragd, die Big Bang Version, aber vorher kommt ein Intro! Oh yeah, wenn das mal nicht geil ist. Klasse, oder? Ähm, ja im Team gibt's hier keine neuen Sachen. Open your eyes, immer noch drin, Level 13. Ähm, ich würde aber schon gerne die Doppelkämpfe machen. Und jetzt nehme ich natürlich genau den raus, womit's nicht geht. Ja, klasse. Naja, egal, ist halt so. So, Knilz. Vor allem, wenn die Dinger Level 14 sind, sollte ich das eigentlich schaffen. Ich frage mich, warum sich gerade jetzt mein iTunes im Hintergrund geöffnet hat. Egal. Äh, Open your eyes, das sollte ein 3-Hit werden. Nicht an dir. Ja, ich frage mich jetzt kein Drunk an. Ich frage mich jetzt einfach Mexiko-Pizza rein. Ich frage mich jetzt einfach Mexiko-Pizza rein. Sollte das eigentlich... Ja, erstmal gut, dass das keine Wirkung hat. Und da soll das eigentlich... ...un weitere Probleme holen. Ja. Ähm, 14 vor Open Your Eyes. Ein Lombrero. so klammer das ziel aber viel auch tut das ist in ordnung zurückschrecken ist jedoch nicht in ordnung blana ist direkt das nächste ich hätte hier so gut mit ob wir als bossen können aber nein helden nicht paralysieren wunderbar noch ein tuet ja nice so das sind 400 für helden was scherox ich lass mal helden drin ok jetzt habe ich ein problemchen ich will jetzt nur meine trinke draufschmeißen weil ich meine supertrinke auf jeden fall in der arena brauchen werde aber ich hätte auch keine lust um diese scherox zu verkacken ok gut nochmal geowurf ach gut der energiefokussing kann ich dem scherox glaube ich gönnen und noch ein geowurf und damit sollte dieses ding auch tot sein trotz des critis jo das war's jetzt würde ich mich aber trotzdem mal wundern was jetzt noch kommt oh wei aber das hat jetzt irgendwie nicht da reingepasst ich versuch's mal mit open your eyes weil ich glaube es erlernt erst spät eine gute das kann glaube ich nur staccato hypnose reflektor und noch was ich glaube nicht dass das schon eine psychi-attack gekommen das der reflektor den ich gerade angesprochen habe hüt natürlich aber auch die verteidigung enorm wow egelsamm das war die letzte attacke die es noch konnte mit ja ok open your eyes muss ich jetzt wechseln ah hey denn Aufruhr? Ich wusste gar nicht, dass das Ding das kann. So, Reflektor lässt nach. Und was soll das jetzt eigentlich sein? Nein, hey, denn nicht paralysieren. Bitte, was normales. Ist das nicht schön. So, open your eyes. Es war schlecht, weil es gerade Aufruhr einsetzt. WTF? Ich bin gerade so dumm. Ich hätte die ganze Zeit in Mexiko Pizza reintun können. Verstauner. So. Ja, das Ober ist jetzt auch besiegt. Endlich. Jetzt will ich aber erstmal heilen gehen und das mache ich kurz auf Screen. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder, ich bin auch zu sehen in den Wandererei gelaufen. Yay. Ich glaube, das wird eine Sache für... Don't worry. Weil... Das einzige, was ich da noch reinspeisen könnte, wäre... ...und das ist schon mit Level 18 gut dabei. Mich juckt doch mal arm. Ehrlich? Und wie viel zieht mega Sorge ab, der effektiv ist. Wow. Übertreib mal nicht, don't worry. Hä? Hä? Aerodactyl? WTF? Egal. Mexiko Pizza? Egal. Egal. Naturklopfe, das hier zu ster... Holy shit! Das Ding rapet ja mein ganzes Team. Jetzt auch ne Scheiß. Ach du Scheiße. Dieses Aerodactyl wird mich so rapen. Ein Geobuf muss nicht durchgehen. Ach. Da habe ich jetzt aber richtig Schwein gehabt. Oh. Boah. Richtig krass Schwein. 600. Boah ey. Hertner. Wow. Rihorn. Da werde ich Don't Worry wieder reinschmeißen. Und jetzt... den Verwurzler setzen. Okay, das ist jetzt schlecht. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt... schon... anfällig für One-Hits bin. Mega Sauger. Das sollte eigentlich ein guter One-Hit sein. Schönes Ding. Oh, nice. Und Tarnel. Ich bleibe jetzt einfach so ein... Ding wir schon irgendwie kriegen. Wow. Ach, das Ding kann ja nur Body-Check. Wow. Oh. Das war immer ein bisschen heftig. Ja, ich lasse doch einen Warrior jetzt hin, weil das Ding wird sowieso jetzt sterben. Und dann... Oh, der Attack geht noch einmal daneben und dann werde ich sterben. So Jetzt weiß ich nicht Ich muss eben reinschmeißen Ich darf mich jetzt nicht one-hitten Gut, ist da sogar noch ein Critical Hit Also von daher nochmal der Geowurf Und dann ist das Tunnel auch down Hui So, Wanderlutius Da oben war noch einer Und ich muss jetzt direkt nochmal aufs Screen heilen Bis gleich So Aber jetzt Werde ich mit Don't Worry anfangen Direkt Ich werde dich hart wahrnehmen Na gut Dazu will ich jetzt nichts sagen Erst den Verwurzler Verwurzler ist ebenfalls dafür gut Gut Gut, dass man nicht durch Briller Oder ähnliches Aus dem Kampf Gesch Weg Gemacht werden kann Aber das nachdem Soll eigentlich ein guter To-Hit sein Bin ich auch total zufrieden Don't Worry ist halt nicht das heftigste wie ich Und ich muss mir mal angucken für nächsten Part Wann Ich Einen Sonnenstein kriegen kann Damit ich dieses Don't Worry endlich entwickeln kann Oh, sag mal witzig, ich habe drei Nasceneet Och, du Scheiße Da habe ich so keine Lust drauf Oh Danke Don't Worry, du hörst mir zu So, das müsste jetzt endlich das dritte Nasceneet sein Level 16 Und wenn das jetzt wieder ein Critical Hit wird, dann lache ich Lol Ja, die Lache, die war gerade ziemlich unglaubwürdig Aber naja Absorbar So, oh Don't Worry Du bringst mein Herz zum Rasen So, darum liegt noch ein Item Nichts Spezial, das niemand braucht War hier oben auch eins Nein, war nicht Da hinten auch nichts So, muss ich mal sagen Wir gehen jetzt Richtung Erster Arena Und knöpfen uns da mal die Halunken vor Die eigentlich direkt reingehen Schmeiße ich aber Mexiko Pizza Und Don't Worry nach vorne Ja Weil ich glaube, das sind sogar Doppelkämpfe So, der nicht Also, das stimmt, dem sage ich auch mal hallo Ich zeig dir, warum wir die Besten sind Oho, ihr seid jetzt in der ersten Arena Ihr könnt gar nicht die Besten sein Kleinstein und Rion Ach, der Einzelmann macht auch Doppelkampf Ja, das freut mich doch So Aufsache, nur ein Absorger zieht schon so viel ab Ah, Megasorger zieht natürlich dann Klass viel ab Mexiko Pizza Reicht Level 17 Don't Worry, Reicht Level 20 Das ist schön Der ist wunderbar Das Onyx soll der eigentlich auch nicht so lange überleben So, das gleich jetzt nochmal Absorger auf Rion Und der Megasorger auf Onyx Okay, Onyx ist jetzt ein bisschen schneller Aber Wow, was war ja genau mit meiner Stimme los? Also, die nächsten Doppelkampf wird ich nochmal Und dann ist der Part zu Ende Dann ist der Part zu Ende Und noch ein Nas genäht Ich glaube da reicht sogar zwei Absorber Ich glaube da hat sogar gerade Flinklau eingesetzt Ungefähr Level 18 So, den haben wir Das heißt noch der eine Doppelkampf hier auf der Seite Ah, ich hab die zwei Dinger Ich hab die beiden Juten vorne Das reicht Das reicht So, Wanderer Teenager haben insgesamt sechs Pokémon zusammen Ammonitas wird von mir eingesetzt So, das Ammonitas sollte eigentlich mithilfe des Ne, mal was anderes Ammonitas kann mir ja gar nichts machen Wassergestein Weder das eine noch das andere effektiv gegen Mexiko Pizza oder Don't Worry So, ich hab Tower voll HP Okay, äh Ich glaube ich setz doch mal einen Megasorger auf Ammonitas ein Damit das down ist Bitte Mexiko Pizza hol Mogelbaum Ah, nein Aber Don't Worry holt Ammonitas 100 pro 100 Ja, und hat damit wieder Hälfte AP Das ist gut Mexiko Pizza Rechlevel 18 Das ist gut Es kommt Oh, nix Okay, das verstehe ich jetzt zwar nicht Aber egal Okay, das Mogelbaum ist down Ich soll das ohne nix Nur nicht schneller sein als mein Don't Worry Man munkelt Man munkelt Level 21 Don't Worry Aber Was kommt jetzt überhaupt raus? Lavita Okay, das ist Das ist Gut Ja, perfekt Ja, das ist doch schön Das Lavita lasse ich jetzt und ich werde das Kabuto mit zwei Absaubern holen Das wird hinhauen Ein Megasorger will ich nämlich noch behalten und da schon wieder Flinklau eingesetzt Ja, man weiß nur wozu Flinklau hilft Hier guckt sich das an Geht doch, klar Also dafür, dass Don't Worry richtig scheiße ist, macht das ganz guten Schaden Gegen Viecher, wo es zweimal effektiv hingegen ist Ja, also man sollte es nicht unterschätzen Es kann zwar gar nichts, aber das kann es gut So Das sollte jetzt auch eigentlich der Ende des Kampfes sein Mein Team ist natürlich jetzt irgendwie spezialisiert darauf, Gesteins-Pokémon Zuholen Durch Heldenkampfattacken Und Mexiko-Pizza, Don't Worry Gut Pflanzenattacken Mexiko-Pizza-19 Genau da wollte ich es haben Mogel-Heap Gegen Heuler Perfekt Das hört sich doch gut an Oh, ist noch eins Ah, okay, Kolosser Und das sollte eigentlich Ja, das sollte eigentlich gut gehen Ja, jetzt der Megasorger Und damit bist du Offiziell Down So Würde ich sagen Wir gehen ins Pokémon Center Und in der nächsten Folge Hol uns den Orden Ja, wir holen uns ihn Bin fest überzeugt Will ihn beim ersten Mal holen Das schaff ich niemals Kommt bald wieder So, bis zum nächsten Mal Wenn's wieder heißt Let's Play Pokémon Smugt die Big Bang Version Schaut euch auf jeden Fall auch Die Parts von Alex und Fabian Wie immer Link unten in der Beschreibung Bis zum nächsten Mal Toxic Tschüss